Hallo und willkommen zurück bei der Billions. So, wir sind hier immer noch bei der Ression, die Schlucht zu halten, sind nach oben erkunden und ja, die Verteidigung ausbauen, während wir gleichzeitig mehr Leute brauchen. Wohin die denn landen? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, hier oben muss eigentlich keiner mehr lang. Hier kann ich so ein bisschen zu machen, aber lieber nicht, falls ich doch noch mal hoch muss. Ich muss mir woanders jetzt eine Fläche suchen zum Häuser bauen. Ich habe hier noch ein bisschen was Platz. Wir haben jetzt ein paar Soldaten. Oh, ich brauche auch schon wieder eine Farm. Das kann ja nicht wahr sein. So, 44, 46. Die kann ich noch ein paar Häuser hinsetzen. Ansonsten muss ich halt weiter ausbauen. Kommen die da jetzt nicht mehr durch, deswegen habe ich jetzt zugebaut. Kommen wir mal, wo würden die denn langlaufen? Atennt. Vielleicht muss ich wirklich ein Gebäude wegreißen. Ne, die kommen da durch. Aber wo sind die denn alle? wo sind die denn lang gelaufen understood okay ich brauche noch ganz schön viele weitere kolonisten also werde ich wahrscheinlich nicht drumherum kommen noch ein bisschen auszubauen hier könnte ich schön verteidigen aber ich muss wahrscheinlich dann hier machen aber ich muss ja kein tor bauen okay dann werden wir uns mal hoch bauen ich muss sie jetzt mal hier selber steuern das klappt ja vorne und hinten nicht so hier kann ich auf jeden fall noch mal eine farm hin machen die farm gibt ja auch kolonisten oder ja zwölf sogar mehr als die hier attention building completed ich baue mal ein paar soldaten ich steuere die mal komplett neu das das wird ja gar nichts hier ich hoffe die kommen jetzt nicht von norden sonst habe ich hier vielleicht doch noch ein problem attention building completed reporting for duty dann kann ich hier noch einen hinstellen und werde ich hier zubauen und werde ich hier zubauen und werde ich hier zubauen so jetzt sind alle durch ich überlege ob ich den baum mit reinnehmen soll der ist halt wie so eine natürliche mauer attention building completed attention building completed die train hat die station die train hat Ich werde den umplatzieren. Ich werde den umplatzieren. Ich werde den umplatzieren. Ich brauche etwas zu töten. Ich werde den umplatzieren. 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 Ich brauche Strom. Ich werde den umplatzieren. 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 Ja. Ich werde den umplatzieren. Ich werde den umplatzieren. Ich werde den umplatzieren. Ich werde den umplatzieren. ok hier ist safe also wir könnten das hier verteidigen wenn jetzt die seite dann haben wir eigentlich alles müssen halt richtig die schulden voll ballern mit häusern ich will jetzt auch ungern mehr nahrung nutzen ich muss wirklich hier noch die dinger reinnehmen das kann ja nicht dein ernst sein ich brauche tatsächlich noch grünfläche das heißt ich muss noch mal hier runter aber vielleicht ist sie besser hier ist auch die grünfläche das sieht doch schon mal gut aus das sieht schon mal gut aus hier diese ganze fläche würde ich gerne nehmen das hier ist vielleicht später interessant wenn wir da forschung für haben das problem ist die kommen halt immer aber dann würde ich hier zubauen wahrscheinlich damit ich die gesamte grünfläche habe ganzen jetzt dass diese kann ich nicht ich 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 Building complete. Komm, ausbreiten. Attention. Building completed. My rifle is ready. Nothing better than putting a bullet through some brains. All right. You read my mind. The train has arrived at the station. Like a snake in spray. Nice target. Attention. Building completed. So, 15 Soldaten, 10 Jäger. Yeah. Reicht doch. So, machen wir erstmal die Fischerhütten. Ich weiß, da ist einer mehr. Aber trotzdem. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Wenn man die ja enger beieinander baut, kann ich hier mehr machen. Attention. Building completed. So, Farm. 56, 62, 64 ist das Maximum. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Yes. Give me something to shoot. Okay. Dann hätten wir auf jeden Fall genug Nahrung. Attention. Building completed. Ich hätte den Baum, glaube ich, wieder mit einbeziehen. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. 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 Haltz. 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 Da einer hinpasst. Tatsache. So, erster Star. Haltz. Wer willst du mit Japanisch? Ich glaube, wir brauchen noch mal ein paar Soldaten, wa? Ich brauche das, Carl. So, wer hat noch für drei Türme? Yes, tell me what to kill. Like a snake with his prey. Yeah. So, dann können wir uns jetzt voll aufs Bauen konzentrieren wieder. Gut, machen wir ja sowieso eigentlich immer mit. Ah, es fehlt schon wieder Energie, ey. My rifle is ready. Nice target. Attention, building completed. You again. My bow and arrows are ready. I'm ready. So ein bisschen doof, die direkt an der Mauer zu machen. Wenn die da durchbrechen, dann... Von allen Seiten. Nothing better than putting a bullet through some brains. It's a nice day to die. Ah, hier habe ich relativ viel Verteidigung. My bow and arrows are ready. Hier auch. Hier auch. Hier ist wirklich am schwächsten. Hm? Hm? Stellung halten. A new task. My bow and arrows are ready, boy. You are gonna pay me for this, right? The train has arrived at the station. So. Acht Stunden. Alles besetzt. Then bin ich mal gespannt. ich müsste dann auch die 1000 haben wenn die gebaut wurden die kommen von hier okay die kommen gar nicht zu meinen leuten dann helft mal da da seid ihr schneller die kommen auch hier oh shit die kommen auch da das hier ist gar nicht gut die haben mich nicht nein unsere defensoren sind zu verabschieden sie sind zu verabschieden sie sind zu verabschieden sie sind zu verabschieden so jetzt nicht ob das noch nötig wird aber verteidigung wird trotzdem wieder aufgebaut zumindest da wo zerstört wurde gut da darf ich nicht mehr machen und damit würde ich sagen war es das auch für diese folge oh Schwierigkeit 3 die machen wir nicht machen wir eins der anderen wahrscheinlich den mal gucken das war's für diese Folge wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir auch mal was wir forschen also bis dann ciao